hallo freunde der sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten video ich habe heute all die bücher für euch die ich im monat märz gelesen habe da möchte ich gerne mit euch drüber quatschen ich muss dazu sagen ich habe bei manchen büchern auch das hörbuch jeweils zur hilfe genommen und zwar dieses mal nicht deswegen weil ich anders nicht zum lesen gekommen wäre was ja sonst meistens der grund ist weswegen ich zu einem hörbuch greife ich lese tatsächlich lieber ein buch dabei halte ich auch mehr so gefühlt oder auch wirklich ich weiß es nicht wirklich aber diesen monat habe ich tatsächlich sehr sehr gerne hörbuch gehört weil ich da auch so zwei sprecher für mich entdeckt habe die ich wirklich toll fahren das war wunderschön vorgelesen und war auch an der ein oder anderen stelle sehr peinlich weil ich das hörbuch in der öffentlichkeit beim spazieren gehen gehört habe und ja ich werde da gleich genauer darauf zu sprechen kommen das war etwas ja unangenehm sagen wir mal so in dem zusammenhang wollte ich euch aber noch auf ein angebot hinweisen ich weiß nicht es gilt vielleicht noch so zwei tage oder so wenn das video online kommt ich bin mir noch nicht so ganz sicher und zwar gibt es bei orde bill momentan einen oster deal bedeutet konkret es ist 70 prozent günstiger wenn ihr also das ganze schon ganz ganz lange mal ausprobieren wolltet ist jetzt auf jeden fall die gelegenheit dazu weil die ersten drei monate kostet es jeweils pro monat nur zwei euro 95 statt 9 euro 95 und erst im vierten monat gilt dann der reguläre preis man kann aber auch monatlich kündigen deswegen ist man da jetzt nicht in so einer art abo falle also falls man angst davor hat ich werde das euch auf jeden fall unten in der infobox verlinken da kommt ihr dann direkt drauf und ich persönlich mag orbel sehr gerne mir reicht halt auch ein hörbuch pro monat bei mir ist es sogar eher so dass sich das gut haben etwas ansammelt und ich es dann irgendwann zu gegebener zeit alles auf einmal raushaue weil ich dann plötzlich lust auf hörbücher habe ja also falls jetzt mal ausprobieren wolltet jetzt ist die gelegenheit dazu und ich würde sagen wir beginnen direkt ich habe natürlich auch mein büchlein auf meinem schoß und dass ich alles eintrage was mir so auffällt was mich besonders begeistert hat und so weiter und bei einem bestimmten buch wird es dann auch noch eine einzelrezension geben weil sich das ganz ganz viele gewünscht haben so das erste buch was ich gelesen habe war sozusagen eine empfehlung von der lieben party von party loves books nicht an mich persönlich sondern an alle da draußen weil sie hat bei ihrem true crime video dieses buch unter anderem vorgestellt und zwar von stefan harbord wenn kinder töten wahre verbrechen deutschlands bekanntester serienmordexperte klärt auf so mein meerschweinchen hat gerade genießt ich weiß nicht ob ihr das gehört habt dem geht es leider nicht so gut er war heute beim tierarzt ja also ich muss sagen als ich dort angefangen habe zu lesen hat es sich für mich im ersten moment gar nicht so real angefühlt weil diese fälle so extrem sind dass man fast nicht glauben kann dass sie so wirklich passiert sind ich musste schon wirklich an der ein oder anderen stelle schlucken es ist halt gerade diese thematik dass kinder hier zu verbrechen in der lage sind die man überhaupt nicht mit ihnen verbindet nicht dass man jetzt mit erwachsenen großartig verbrechen verbindet aber natürlich eher wenn man an kinder denkt verbindet man das ja schon eher mit reinheit mit einer gewissen unbeflecktheit in gewisser weise und deswegen ist es ganz komisch das ganze zu lesen ich muss sagen stefan harbert hat das hier richtig toll geschildert also sehr sachlich aber auch bis ins detail dass wir genau wissen was passiert ist was die hintergründe sind und das muss man natürlich schon auch abkönnen das sage ich auch ganz ehrlich es wird ja auch mehrfach immer betont dass man wissen muss ob man solche bücher lesen kann oder nicht und das kann ich an dieser stelle auf jeden fall auch sagen ich hatte damit jetzt keine probleme habe ich aber mit so einer art von lektüre generell eher nicht deswegen dachte ich schon ich kann es eigentlich ganz gut einschätzen und das hat sich dann auch bewahrheitet ich hatte auf jeden fall die nötige distanz beim lesen aber ist es schon nicht ohne diese fälle sind überall auf der welt passiert es sind ganz viele fälle aus den usa dabei was natürlich auch in gewisser weise mit der möglichkeit zu tun hat waffen zu besitzen und das ist ja generell ein heiß diskutiertes thema weil kinder natürlich unter gewissen umständen dann auch zugang dazu haben und ich fand die familienverhältnisse auch sehr gut aufgezeigt was er nämlich in jedem fall betont und ich wirklich gut finde ist dass eine sache allein nicht ausschlaggebend dafür ist warum sich kinder so entwickeln warum sich kinder zu tätern entwickeln es ist meistens eine kombination aus vielen unterschiedlichen dingen also um jetzt mal ein beispiel zu nennen wenn man in schwierigen familiären verhältnissen aufwächst ist das natürlich ein punkt der dazu beitragen kann aber wenn die kinder hinterher in einem intakten umfeld aufwachsen vielleicht auch einen guten freundeskreis haben und so weiter dann kann man damit auch einiges wieder in anführungszeichen wettmachen oder verbessern aber wenn dann ganz viele punkte zusammenlaufen sehr viele negative erfahrungen in unterschiedlichen bereichen dann kann muss natürlich nicht die entwicklung auch ein bisschen anders aussehen hinten nach dem textlichen part das finde ich auch ganz toll hat stefan harbert auch noch einige statistiken integriert wie zum beispiel auffälligkeiten in der familie oder persönlichkeitsentwicklung durch medien besuchte schulformen die schulischen leistungen und so weiter also das sieht man schon es gibt ganz unterschiedliche bereiche die man beleuchten kann in dem zusammenhang und sehr spannend fand ich in dem fall auch dass es zum einen täter gibt die auch jahre später diese gewissen merkmale immer noch zeigen und dann gibt es auf der anderen seite auch die täter die mehr oder weniger hinein geraten sind durch äußere einflüsse vielleicht auch durch begegnungen mit anderen menschen also allein diese vielfalt an tathergängen fand ich super spannend und gut umgesetzt ich muss auch sagen dass hier nicht großartig wertungen des autors drin sind was ich persönlich auch sehr gut finde weil ich der meinung bin das ist etwas fehl am platz wenn man das an dieser stelle machen würde an dem einen oder anderen punkt kam vielleicht ein bisschen was durch aber sehr selten alles in allem weiß sachlich nüchtern erzählt und das fand ich für diese thematik sehr angemessen also ich kann es für alle true crime fans ausnahmslos empfehlen und das ganze hat auch nur ja nicht mal 300 seiten so 250 oder so das hat man schnell durchgelesen und ist für mich tatsächlich spannender als jeder thriller weil das geschichten aus der realität sind das passiert tatsächlich ja wenn man sich das vor augen führt hat das ganze vielleicht ja auf jeden fall etwas noch schrecklicher dass das kann man auf jeden fall sagen dann zu dem nächsten buch ich verlinke euch übrigens alle wieder unten in der infobox auch mit timecode damit ihr rum switchen könnt wie ihr möchtet das ist auch eins was mir wirklich total am herzen liegt ich muss nämlich generell sagen es sind zwei bücher dabei in diesem lesemonat die auf alle fälle jahres highlights sind bei dem einen habe ich schon relativ früh gemerkt das ist das was ich jetzt in der hand habe bei dem anderen etwas später weil es sich erst entwickeln musste ich glaube es ist für die meisten nicht wirklich verwunderlich was ich jetzt in die kamera halte weil ich schon so oft drüber geschwärmt habe auch bei meinem letzten vlog die wurzeln des lebens von richard powers zu diesem buch wird auf jeden fall auch noch eine einzelrezension folgen weil sich das sehr viele gewünscht haben und ich mache das eigentlich nicht so weil ich ganz ehrlich sagen muss es hat damit was zu tun dass ich das bei anderen auch nicht so gerne gucke und ich drehe es eigentlich auch selbst nicht so gern weil ich das in den lesemonaten eigentlich schon immer abhandeln und dann nochmal drüber sprechen ich denke immer dass das doppelt gemoppelt so viel und so weiter deswegen mache ich das eher ungern aber dieses buch ist ganz ganz besonders und an der stelle fällt mir noch was anderes ein wir müssen nämlich mal über meine bewertung von büchern sprechen ich war bei goodreads eigentlich immer zu wenig streng habe ich bemerkt mein problem war nämlich ich habe so vielen büchern fünf sterne gegeben weil ich die auch wirklich wirklich toll fand und da habe ich das gelesen und dachte mir schön ich kann dem buch ja jetzt nicht mehr als fünf sterne geben ich meine letztendlich ist es sowieso irgendwie nur eine anzahl man sollte da jetzt auch nicht so viele rein interpretieren finde ich immer aber es hat mich geärgert dass ich dem buch dann nicht noch mehr sterne geben konnte und das hat im verhältnis dann einfach nicht mehr gestimmt wenn ich jetzt eine thriller lese und den wirklich uneingeschränkt empfehlen kann gebe ich dem natürlich fünf sterne aber das ist in der regel vielleicht ein jahres highlight aber kein lebens highlight auf der anderen seite bedeutet natürlich eine strengere bewertung wenn jetzt nur ein buch wie so 1 5 sterne bekommt dass das dann vielleicht höchstens einmal im jahr vorkommt dass ich einem buch fünf sterne gebe das ist dann halt auch wieder was wenig deswegen bin ich da immer so ein bisschen im zwiespalt wie bewerte ich jetzt genau ich habe mich aber tatsächlich letztendlich für die strengere art jetzt entschieden und werde das ab jetzt auch so handhaben bedeutet konkret bücher an denen ich eigentlich nichts auszusetzen habe die ich jedem empfehlen kann die aber relativ schnell wieder in vergessenheit geraten beziehungsweise nicht auf diesem niveau sind dass ich sagen könnte die vergesse ich den rest meines lebens nicht mehr die bekommen vier sterne und wenn dann so ein buch um die ecke kommt was wirklich alles andere in schatten stellt was man in letzter zeit gelesen hat dann bekommt das einfach nur fünf sterne also es wird viel seltener jetzt vorkommen ich finde es aber okay also erscheint mir besser weil es hat mich einfach viel zu sehr geärgert dass ich dieses buch zusammen mit anderen gleich bewertet habe obwohl es einer anderen liga spielt ich hoffe es ist jetzt einigermaßen verständlich ich werde vielleicht auch mal unten in die infobox mein neues bewertungssystem integriert dass man dann meine sternen vergabe auf goodreads dann auch wirklich versteht hier mache ich das ja jetzt eigentlich sowieso nicht ich bin auch grundsätzlich kein großer fan von aber bei goodreads kommt man ja nicht wirklich drum rum ja die wurzeln des lebens worum geht es hier man kann es eigentlich nicht so knapp zusammenfassen weil dieses buch so vielschichtig ist unfassbar grundsätzlich ist es so das habe ich auch schon mehrfach erwähnt dass dieses buch in mehrere etappen unterteilt ist also wir beginnen mit den wurzeln dann geht es weiter mit dem stamm dann mit der krone und dann mit den samen wenn wir mit den wurzeln anfangen begleiten wir zunächst unterschiedliche protagonisten teilweise ganze familien teilweise individuen und sie haben allesamt berührungspunkte mit bäumen man merkt sehr schnell dass sie eine ganz besondere beziehung intensive beziehung zu den bäumen aufbauen und sie erkennen auch wirklich die schönheit der natur zu was ganz viele andere menschen nicht in der lage sind das merkt man hier auch sehr gut zu einem späteren zeitpunkt treffen die protagonisten dann auch zusammen jeder ist auf seine art und weise ganz besonders hat eine sehr individuelle geschichte so dass man sich auch gut merken kann wer ist jetzt wer als man vergisst diese personen hier drin einfach nicht und deren leben entwickelt sich sehr rasant man merkt das sind kämpfer naturen die für die natur wirklich einstehen wollen und gleichzeitig merkt man aber auch die verzweiflung weil sie gegen die höhere macht in gewisser weise auch gegen die politik angehen müssen mit ihrem glauben mit ihren werten und man denkt ihr einfach ganz oft sie sind jetzt an der stelle an der es einfach ausweglos ist und sie stehen trotzdem wieder auf und setzen sich dafür ein das ganze gepaart mit einer wundervollen sprache ja hat dieses buch für mich sehr besonders gemacht und ich möchte damit ihr da auch einen eindruck davon bekommt mal eine stelle vorlesen wie gesagt das ganze wird ja dann auch noch mal ausführlicher in meinem in meiner einzelrezension dann besprochen so bekommt ihr auch mal ein bisschen ein gefühl für die sprache die auch etwas eigen ist ich finde sie aber sehr schön aber ich bin auch immer noch der meinung man sollte zuvor dann auch die leseprobe noch mal lesen um einschätzen zu können ob einem das wirklich gefällt oder nicht und so ergibt nix sich dem tosen wie der baum es getan hat ein jahrtausend mörderischer stürme lang wie semper wir uns es 180 millionen jahre lang getan hat stimmt einmal hat ein unwetter diesen baum gekappt vor jahrhunderten stimmt stürme können auch bäume dieser größe zu fall bringen aber nicht heute nacht es sieht nicht danach aus an diesem stürmischen abend ist der wipfel eines mammut baums ein ebenso sicherer ort wie jeder andere man muss nur mitgehen und schaukeln ja also die sprache ist sehr bildhaft berührt einen finde ich auf einer ganz besonderen ebene richtig toll richtig toll und ich würde sagen dass das endresümee des ganzen ist dass bäume eigentlich die besseren menschen sind es wird hier sehr viel über die hintergründe deutlich sprich wie kommunizieren bäume eigentlich was geben bäume uns menschen und im gegenzug erwarten sie eigentlich gar nichts von uns wenn man so rausgeht und bäume sieht dann nimmt man das ja nicht wirklich wahr und man weiß es nicht zu schätzen und das ist wirklich eine homage an die bäume an die natur die auf so wundervolle art und weise umgesetzt wurde dass dieses buch und das kann ich jetzt abschließend auch sagen mein bisheriges lieblings buch was es über mehr als zehn jahre war abgelöst hat ich habe es meinem papa auch empfohlen er hat sich auch schon zugelegt und ich werde über dieses buch nicht aufhören zu sprechen und ich hoffe ganz ganz viele leute lesen das noch weil es definitiv auch das momentane zeitgeschehen trifft auf sehr drastische art und weise das kann man so sagen und gerade dieser einsatz und kraftaufwand der menschen die für eine bestimmte sache einstehen trotz ihrer ausweglosigkeit und hilflosigkeit war hier sehr spannend zu sehen und man erkennt auf jeden fall ganz 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 viele parallelen zur realität eine wirkliche pflicht lektüre und ich freue mich schon sehr auf die einzelrezension ich habe auch schon von vielen von euch gehört dass ihr das auch schon gelesen habt und absolut begeistert davon war mir wurde auch schon ein anderes buch des autos vorgeschlagen und das werde ich dann natürlich auf jeden fall auch noch lesen dann möchte ich weitermachen mit einem buch dass ich nur als hörbuch gehört habe das werde ich euch jetzt hier dann auch irgendwo einblenden hatte ich auch schon länger vor weil ich eigentlich so eine art von lektüre sehr gerne mag ist nicht jedermanns sache aber muss es ja auch nicht und zwar von ralph dobelli die kunst des klugen handelns ich glaube es sind 52 irrwege die man lieber anderen hinterlassen soll ich bin mir jetzt aber auch nicht genau sicher welche zahl es jetzt konkret war auf jeden fall beschreibt er hier ganz viele dinge auf die man auch im alltag stößt und auf die man rein fällt weil man einfach nicht genau darüber nachdenkt weil man es für selbstverständlich erachtet und ja man macht sich gar keinen großen kopf darüber und er nimmt den leser tatsächlich komplett mit hinein in form von fallbeispielen und so weiter also man muss dann tatsächlich sehr mitdenken und ich bin so oft in der falle getappt also ich kannte ein paar aufgaben schon weil ich sowas eben sehr gerne höre und lese aber hätte ich die nicht gekannt wäre es mir glaube ich wieder so gegangen nur mal ein beispiel zu nennen er geht darauf ein dass es für den menschen schlecht ist wenn er zu viele entscheidungen treffen muss weil ihn das dann sehr zügig überfordert und das ist ein punkt das ist mir auch schon selbst aufgefallen aber ich hatte das für mich gar nicht so konkret vor augen dass das eigentlich das problem des ganzen ist das sind schon so kleinigkeiten wenn man morgens aufsteht und sich überlegen muss was zieht man denn heute an was esse ich denn heute x entscheidungen die man treffen muss bevor der tag eigentlich überhaupt angefangen hat und so klein diese entscheidungen sein mögen es ist zu viel es führt dazu dass man überlastet ist und dann auch teilweise keine richtigen entscheidungen mehr trifft und dieses buch hat tatsächlich auch dazu geführt dass ich jetzt in meinem alltag ein paar dinge anders machen werde noch anders betrachten werde also um bei diesem beispiel zu bleiben ich werde mir auch am vortag immer überlegen was ich anziehen möchte ich werde mir überlegen was ich essen möchte und so weiter weil diese entscheidungen die machen einen wirklich müde das ist so das sind ganz viele kleinigkeiten die ihr hier aufzeigt die einem sicher schon mal selbst aufgefallen sind das ist jetzt gar nicht der punkt aber er führt einem das konkret vor augen ich glaube man sieht einfach manchmal den punkt des ganzen nicht obwohl einem eigentlich bewusst ist dass es so nicht ideal ist davon abgesehen thematisiert er aber auch punkte bei denen man einfach falsch interpretiert wenn man jetzt statistiken zu sehen bekommt und das kann auch wirklich von renommierten zeitungen sein dann drehen die das oft schon so hin dass es natürlich dann ganz gut aussieht für welche seite auch immer und da kann man schon einen genaueren blick drauf werfen wenn man einige punkte im hinterkopf behält und das hat mir jetzt auch schon sehr geholfen weil ich das dann auch mal testweise durchgeführt habe bei so ein paar artikeln die ich dann rausgesucht habe und es ist schon sehr interessant gewesen oder auch so fragen zu welcher tageszeit sollte man prüfungen ablegen damit sie tendenziell besser laufen oder besser bewertet werden auf was muss man achten wenn man einen bewerber hat beim bewerbungsgespräch das ist jetzt für viele vielleicht nicht wirklich zutreffend es ist teilweise auch ein bisschen auf unternehmer gemünzt das muss man schon auch sagen aber ich würde sagen dieses buch hat ganz ganz viele tipps für jedermann was man definitiv im alltag anwenden kann und ich liebe das einfach ich liebe es wirklich ich mag es mich da so rein zu fuchsen rein zu denken und wenn man das beherzigt kann man auf jeden fall auch sehr viel für sich mitnehmen ist so mein empfinden es geht schon richtung persönlichkeitsentwicklung ich weiß das mag nicht jeder und ich finde es ist auch ein schmaler grad weil es gibt auch ganz viele vorträge also auch bei youtube habe ich auch schon einiges gesehen die reden da um heißen brei rum das sind jetzt nicht wirklich erkenntnisse und vor allem so gewisse coaches die nehmen dafür dann auch unzählig viel geld und im endeffekt hat man da nicht allzu viel davon sage ich jetzt mal ganz vorsichtig also man muss schon aufpassen auf was man sich da einlässt aber ich meine so ein buch das kostet ja nicht viel und da war wirklich toller input drin ich habe sehr genossen der sprecher war sehr gut ich habe es in einfacher geschwindigkeit gehört weil ich an dieser stelle wirklich der meinung war man musste so viel mitdenken da ist es dann schon besser wenn es jemand nicht so runter rattert bei zu meinen empfinden ich fand's top dann habe ich ein buch gelesen in einem buddy read ich hatte diesen monat nur ein ich wollte eigentlich noch bei einem anderen mitmachen aber ich weiß nicht ob ihr das kennt manchmal ist es auch einfach so dass man so viel zu tun hat so viel um die ohren hat dass man dann nicht den kopf dafür hat und einfach nur lesen möchte das ging jetzt eben gegen gar niemanden persönlich oder so um gottes willen sondern es war einfach die sache ich wollte lesen und dann nicht über das buch sprechen klar mir selbst gedanken machen aber wenn man in dem buddy read ist dann ist es ja schon noch ein bisschen was anderes weil man sich ja dann auch notizen macht genau überlegt was man sagen möchte was man diskutieren möchte und das ist toll ich liebe dass man kann sich sehr viel austauschen nimmt das buch dann noch mal ein bisschen anders war ein bisschen allumfänglicher würde ich fast sagen aber das ist auch mit einer gewissen anstrengenden anführungszeichen verbunden und deswegen hatte ich diesen monat nur ein buddy read statt zweien das zweite wäre von andreas gruber der zweite teil gewesen den muss ich auf jeden fall noch nachholen war das todesurteil ich glaube schon auf jeden fall anfang des monats das ist jetzt schon ein bisschen länger her anfang des monats märz habe ich mit der claudia von beauty butterflies und mit der eike von book friends forever john mars the one gelesen also findet ein perfektes match über die match your dna plattform und ich kann jetzt schon mal sagen dass uns dieses buch phänomenal gut gefallen hat und es hat einfach so viel potenzial geboten darüber zu diskutieren also wir hatten sehr lange sprachnachrichten ausgetauscht und waren uns aber eigentlich in allen punkten sehr einig kurz um was geht es hier überhaupt diese match your dna plattform hat den sinn dass traum paare zusammenfinden und zwar anhand eines gentests es ist dort also so dass die menschen sich dort anmelden ihre dna wird gespeichert und dann beginnt die suche nach ihrem traum partner der kann rein theoretisch überall auf der welt sein und das ist aber der einzige mensch mit dem du sozusagen den rest eines lebens verbringen kannst weil ihr komplett zusammenpasst es wird kein streit mehr auftauchen man hat keine furchtbaren dates mehr bei tinder oder sonstigen plattform sondern da ist wirklich gewährleistet dass du deinen traum partner findest beziehungsweise der erste schritt ist natürlich dass man ihn findet weil beide parteien müssen natürlich bei match your dna angemeldet sein das ist die grundvoraussetzung aber wenn dieses match dann gegeben ist dann kann überhaupt nichts mehr passieren wir begleiten hier insgesamt fünf personen das sind christopher jade ellie nick und mandy und es ist super spannend gewesen die geschichten der einzelnen zu verfolgen man muss sagen es sind allesamt sehr unterschiedliche personen und der verlauf der geschichte ist auch jeweils sehr anders was einem ein bisschen geholfen hat oder sehr geholfen hat kann man sagen ist dass die kapitel sich immer auf eine bestimmte person bezogen haben und sich immer in derselben reihenfolge wiederholt haben weil anfangs hatte ich den eindruck oder es wird ein bisschen schwierig dann die menschen noch irgendwie so auseinander zu halten und die einzelnen geschichten aber das chronologisch immer gleich war war es irgendwie um einiges einfacher der schreibstil darüber haben wir uns etwas gewundert anfangs war sehr sehr sachlich also da kamen nicht wirklich viele emotionen rüber was gerade bei so einer thematik ja eigentlich ja fast selbstverständlich wäre manchmal im ersten augenblick das war aber überhaupt nicht so später kam das ein bisschen mehr durch weil diese gefühlslage der protagonisten konnte man da auch wirklich nicht erkennen großartig was aber auch das potenzial bot dass immer mehr überraschungen aufkamen und das muss man grundsätzlich sagen dieses buch ist einfach von wendungen und überraschungen nur so gespickt ein paar dinge konnten wir voraussehen aber da war auch so vieles dabei was wir überhaupt nicht erwartet hatten und uns echt vom hocker gehauen hat also phänomenal gut gemacht also trotz dieser anfangs etwas befremdlichen sachlichen sprache kam man super schnell rein und was für uns als leser extrem spannend war war das manchmal zu beginn dachte ich zum beispiel eine gewisse geschichte ist jetzt nicht so spannend also ich hatte das so meine lieblingsprotagonisten da habe ich mich immer auf die kapitel gefreut weil immer was neues was interessantes passiert ist und bei anderen stagnierte manchmal die handlung so ein bisschen dann dachte ich ja liest man jetzt ist halt okay das war dann aber nicht das gesamte buch über so sondern es hat immer gewechselt welche protagonisten man toll fand bei unserem nächsten leseabschnitt wir hatten das immer so in 100 seiten eingeteilt pro leseabschnitt war es dann plötzlich so dass mir ganz andere viel besser gefallen haben und das hat es wirklich super spannend gemacht anscheinend soll zudem ja auch eine serie rauskommen das kann ich mir super gut vorstellen werde ich auf jeden fall auch gucken das war mega ja und jeder protagonist hatte so eine gewisse überraschende komponente von der man nichts wusste und gerade weil vielleicht auch der autor so viele informationen von anfang an auch zurückgehalten hat wie beispielsweise die emotionen aber natürlich auch hintergrund info war glaube ich auch diese möglichkeit nur gegeben hätte er zu viel erzählt wäre das natürlich nicht so gewesen deswegen war es auch vom aufbau der geschichte und vom sprachlichen perfekt richtig toll was hier außerdem super spannend war war diese herangehensweise an das thema generell und auch der punkt dass ich mich als leser dann ganz oft gefragt habe wie finde ich das ganze eigentlich und ich habe auch meine meinung zwischenzeitlich geändert als ich nämlich mit dem buch begonnen habe dachte ich mir so finde ich das jetzt eigentlich wirklich so toll dass man seinen traumpartner mit einem dna-test finden soll und wenn mein traumpartner nicht dort angemeldet ist finde ich ihn nie toll das ganze ist ja schon dann auch ein bisschen trostlos unter umständen und vielleicht bleibt da auch bisschen die spannung weg also die spannung des kennenlernens und so weiter dass man da vielleicht nicht unbedingt einen glücksgriff dabei hat das macht das ganze ja vielleicht auch aus dass man das sozusagen selbst für sich auch herausfindet und was macht es mit paaren die schon zusammen sind und dann erfahren dass sie laut match your dna eben nicht ihren traumpartner gefunden haben also da gibt es ja schon viele problemstellungen und deswegen war ich sehr kritisch und dann gab es aber auch ganz viele situationen in denen ich dachte naja nur schlechtes hat es jetzt auch nicht und das war eben ganz ganz toll gelöst dass man als leser seine meinung dann auch sehr verändert hat durch den unterschiedlichen verlauf der geschichten was wir bis zum schluss überhaupt nicht einschätzen konnten war das ende das kam auch recht überraschend zumindest zu gewissen teilen hätte ich mir so jetzt auch nicht ganz so gedacht und alles in allem war das einfach ein stimmiges gesamtwerk so dass ich sagen würde ich möchte von diesem autor auf jeden fall noch mehr lesen weil das hat er einfach toll gemacht ich weiß nicht ob ihr diese gifis kennt mit mind blowing bla bla da muss ich immer daran denken wenn ich mich mit diesem buch beschäftige weil während des lesens war das echt oft so okay wow und ich muss sagen ich habe über dieses buch glaube ich generell noch nichts schlechtes gehört schaut euch das definitiv mal genauer an und jetzt zu meinem peinlichen erlebnis ja ich habe es gelesen und gehört der sprecher war so toll also den den muss ich jetzt auch mal raussuchen ich weiß nicht vielleicht kennt den jemand von euch ich bin ja jetzt nicht so der hörbuch pro das heißt ich kenne deutlich weniger als gefühlt alle anderen menschen dort draußen weil ich einfach viel zu wenig hörbuch höre so von wem war das jetzt gelesen von wolfram koch genau den kann ich sehr empfehlen toller sprecher hat den dialekt auch super hinbekommen und zwar geht es um matthias politikis ich muss jetzt diesmal richtig sagen ich weiß gar nicht doch beim hörbuch habe ich dann gehört dass der politiki heißt und politizki wie ich gesagt habe das kann uns keiner nehmen ein roman vom hoffmann und kampe verlag das wurde mir freundlicherweise als rezensionsexemplar zugeschickt und dieses buch ist definitiv auch ein jahres highlight und ich habe dann das ende gerade das ende ja draußen gehört als ich spazieren gegangen bin und mir ist alles aus dem gesicht gefallen und ich habe angefangen zu weinen das war super peinlich und in der öffentlichkeit passiert mir das eigentlich wirklich nicht aber das hat mich einfach extrem bewegt aber grundsätzlich um was geht es jetzt hier erst mal ich habe das buch ja auch schon öfter in die kamera gehalten sowohl in meinem vlog als auch in irgendeinem neuerscheinungsvideo ist glaube ich jetzt schon zwei monate her oder so es geht hier zum einen um hansi ein hamburger und zum anderen um charlie die beiden sind in afrika am gipfel des kilimanjaro weil es ihr großer wunsch war diese etappe zu erreichen sie haben auch beide eine gewisse vergangenheit eine gewisse geschichte die sie dazu verleitet diese reise zu unternehmen hansi oder hans wie er eigentlich heißt also er wird meistens an hansi genannt im laufe der zeit wollte dort oben eigentlich nur seine ruhe haben für sich sein und dann entdeckt er charlie normalerweise ist dort kein mensch kaum jemand kommt an diese stelle und ja für ihn verläuft das ganze komplett anders weil charlie jemand ist der sehr offen ist er spricht mit jedem er kann auch relativ schlecht den mund halten sagen wir mal so er ist super gesellig sagt alles genau so wie er es auch denkt egal ob er da auch auf widerstand stoßen könnte das ist völlig egal er ist wie er ist und hans ist eher so ein bisschen zurückhaltend er weiß was sich gehört charlie gilt eher so ein bisschen als unhöflich zumindest im ersten moment das ist aber einfach seine art das merkt man auch ganz schnell und ja da eckt er auch ganz schön an sagen wir mal so die beiden verstehen sich anfangs überhaupt nicht also ich würde fast sagen dass die abneigung von hans gegenüber charlie etwas mehr vorhanden ist als andersrum und er kann sich da einfach nicht dran gewöhnen so die beiden verbringen dort oben dann aber die kälteste nacht ihres lebens aufgrund eines gewissen unwetters und gerade dieser punkt hat die beiden auf jeden fall auch zusammengeschweißt noch mehr aber die zeit danach aus bestimmten gründen das müsstet ihr dann aber selbst lesen grundsätzlich muss man sagen das steht aber hier auch drauf dass der tod in afrika immer mitfährt und nur einer der beiden die heimreise antreten wird das ist auch übrigens kein spoiler aus ganz vielen verschiedenen gründen aber wie gesagt ihr müsst ihr das dann selbst lesen was dieses buch so besonders macht ist das zwischenmenschliche die freundschaft die sich da entwickelt auf alle fälle es sind zwei menschen die komplett unterschiedlich sind die beide vom leben gezeichnet sind die auf jeden fall ihre geschichte zu erzählen haben sie erfahren sehr viel voneinander sie verbringen nämlich natürlich auch ganz viel zeit miteinander und hier passiert etwas auf zwischenmenschlicher ebene was ganz ganz toll ist weil die beiden voneinander lernen weil sie teilweise auch das verhalten des anderen adaptieren weil man hier merkt oder weil sie auch merken dass man menschen komplett falsch einschätzen kann ganz anders also das bild kann sich um 180 grad drehen und man lernt auf diese weise einfach dass es unterschiedliche lebensmodelle gibt von denen man sich aber auch eine scheibe abschneiden kann ich hatte hier ganz oft das gefühl dass vor mir ein älterer mann sitzt der mir berichtet worauf es im leben ankommt der mit ganz vielen weisheiten um die ecke kommt die man sich verinnerlichen kann und sollte weil es einfach von einem menschen kommt der sehr viel erlebt hat und in einer ganz anderen situation in seinem leben ist in der er merkt worauf es ankommt und ich habe mich da wirklich an so eine art opa erinnert gefühlt der mir seine geschichte seine lebensgeschichte erzählt und ich war davon unfassbar gerührt wirklich unfassbar es wird hier ganz viel auf bayerisch geschrieben der sprecher macht das auch richtig toll die worte sind perfekt gewählt wegen meiner herkunft ist es halt auch so dass ich das kenne wie die leute dort sprechen und deswegen hat sich das auch sehr nah angefühlt zusätzlich auch noch und ich hatte die personen die hier beschrieben wurden auch ganz genau vor augen und man konnte hier erkennen dass es begegnungen zwischen menschen gibt die einen für den rest des lebens prägen selbst wenn man die leute nicht mehr um sich hat beispielsweise also weil sie jetzt woanders auf der welt sind oder weil sie von einem gegangen sind wie auch immer in ruhigen momenten oder in ganz bestimmten situationen denkt man an die menschen und weiß okay wer würde in der situation jetzt vielleicht das und das tun oder ich erinnere mich an dies und jenes was wir gemeinsam erlebt haben und das ist einfach schön und dieses gefühl hat der auto hier transportiert auf so besondere art und weise also das wird auch immer hier bei mir bleiben das wird auch einen sonderplatz irgendwie bekommen dass ich das präsent so mit dem cover vorne hier irgendwo ins regal stelle das war toll davon abgesehen von dieser freundschaft und von dieser verschiedenartigkeit die trotzdem bereichernd sein kann oder gerade deswegen auch bereichernd ist hatte es ja auch ganz viele aspekte die das land beschrieben haben also afrika und das war eben keine großartige landschaftsbeschreibung und so weiter also vielleicht ein bisschen klar da war auch was drin aber eher dieses gefühl was dort transportiert wird diese kontraste in afrika also das habe ich extrem empfunden diese widersprüche man kann nicht sagen afrika ist so und so sondern afrika ist sowohl xy als auch xy will ich jetzt gar nicht genauer darauf eingehen weil das ein leseerlebnis war was ich nicht so häufig habe und ich finde das muss jeder für sich selber so mitnehmen das möchte ich gar nicht großartig vorgeben es war toll es war wirklich wirklich toll und wie gesagt es geht nicht wirklich um diesen verlauf und diese geschichte als solche also was jetzt schritt für schritt unternehmen dann ging es gar nicht so großartig sondern eher um das gefühl was transportiert wird sowohl vom ort als auch von dem was zwischenmenschlich zwischen den beiden passiert ein phänomenal gutes buch und nicht besonders dick ne ich glaube etwas 300 seiten hat man schnell gelesen ist relativ groß geschrieben und wenn man nicht lesen möchte hörbuch perfekt falls ihr dieses buch gelesen habt oder noch lest würde mich hier sehr eure meinung interessieren ich wünsche mir nämlich wirklich extrem dass viele zu diesem buch greifen auf alle fälle also zwei jahres highlights für mich in dem letzten lesemonat ich glaube da kann man sich nicht beschweren ich bin hellauf begeistert ich glaube ich habe jetzt wieder ein bisschen viel gequatscht ich hoffe es wurde nicht zu ausufernd und wie immer würde mich interessieren was irgendwas gelesen habt vielleicht hatten ja ein paar von euch mehr zeit als sonst und dann auch ein bisschen mehr geschafft was waren eure highlights was von eure flops bin ich sehr gespannt darauf hinterlasst mir das gerne in den kommentaren und dann sehen wir uns beim nächsten bücher oder pflanzen video wie auch immer macht's gut bis dann tschüss